alles klar abfahrt alter ich habe überragende 0 zuschauer gleich wird sich 3 elements einschalten ich hab auch was vergessen unserer musik perfekter lead von mir was will er tun hätte ich jetzt reingeschmied oder oder sowas auf ganger könnte ich ihn jetzt hier den kampf schön aufsetzen warte 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 ich muss kurz das andere headset benutzen ich habe kein sound im stream oh wow Naja gut, jetzt warte ich aber noch kurz auf, bis Hanno wieder da ist. Perfekt. War das jetzt Hanno oder war das Bartrex? Das war Hanno. Loll. Hanno? Für die, die gerade drinnen gekommen sind, eventuell... Ja jetzt. Äh... Äh, weiter? Hanno wieder weg. Doch, Hanno müsste jetzt live sein. Äh, ja jetzt wieder. Ich hatte den Stream ausgemacht, weil ich OBS nochmal neu starten musste, um das äh, damit ein Setzeit erkannt wird. Ja. Ja, ich hab gerade noch bei dem Gegner hier auf dich gewartet. Ja. Loll, der spielt heiß auf, auf Adolf. WTF? WTF? Ja, ich krieg die, ich krieg die Para natürlich. Und die Para ist wieder weg. Dankeschön. Ehre. Hm. So lobe ich mir das. Ich mir auch. Hast du dich gerade so ein, als ob du isst? Nein. Als ob ich essen würde. Ah, wow, ey. Gesehen, was ich für ein Team habe? Ja, hab ich gesehen, Matrix. Ich schaue deinen Stream tatsächlich die ganze Zeit. Ja. Oh, wow. Ich hab echt Hammerarm verfehlt. Ey! Jetzt hab ich ein Highs Orb. Er hat mit Schleuder Highs Orb auf mich geschleudert. Oh, wow. Und jetzt ist mein Angriff halbiert. Ja, mein Shaman ist gerade... Mein Shaman hat ja die Schlau Brille, ja. Wie lange hab ich das heiß auf jetzt? Wahrscheinlich für... Für Wechsel oder für den ganzen Kampf? Das kann ich nicht sagen. Mein Shaman ist, by the way, plus drei Spezialangriff, plus Schlau Brille. Hallo? Ja. Du hast dann auch auf Schluss zwei Angriff. Haben wir dann noch das heiße Ort bekommen? Äh, ich hab grad heute zu hören. Wer kommt drin? Blitzer. Okay, da kann ich auch mit Shaman drin bleiben. Ja, natürlich trifft er direkt den Donner. Natürlich. Und ich krieg wieder die Power. Geil. Aber Blitzer hat keine Death. Ja, geil. Und da muss ich ja nicht mit ihm rein. So, Shaman. Schau mal, wer bei mir kommt. Na, ist hier grad tatsächlich immer noch mal drücksel ins Stream. Moment, ich wechsle jetzt auf deinen. So. Yo, Pyke, yo. Ja, geil. Ja, kann ich mir vorstellen, Matrix. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber du hast ein stronges Team, ey. Wenn du die behältst, heißt das. Aber hast ja noch ein bisschen was vor dir. Ja, selbst wenn der Akane hat halt beschissene Attacken, das ist das Problem. Ja, ich leckte schon fast nicht mehr. Alter. Ich will sie ansprechen, danke schön. Ich hab bei mir auch einen Lobob am Anfang. Ja. Ah, obwohl, nee. Äh, Fußkick. Ich bin mit Groudon drauf. Ja. Aber Fußkick ist nur neutral, die darf nicht killen. Die hat auch nur eine maximale Stärke. Gut, dann werde ich das... Das, was mir fehlt, war eine Fußkick. Ja. Dann werde ich das jetzt für den Stream so machen, dass ich, ähm, ich werde jetzt Arkane Oster ausblenden, weil der ist tot. So. Damit das ein bisschen offensichtlich auf dem Stream dann ist. Äh, pfff. Ja. Ach komm. Da passiert nichts. Ist nicht mal die Endentwicklung. Ja. Bitte Rohr juckt mich nicht. Und pisse dich. Ja, geil, abgesagt. Brauchst du ja nur rauswechseln. Ja. Ich versuche auch, so gut wie es geht, alle meine Mond zu verwenden. Oh, Flammblitz. Ja. Ich habe ehrlich gesagt nicht mit der Mondgewalt gerechnet, die von dem Drachen-Pokémon kommt. Ah, okay. Guter Switch-In. Weil ich bin wieder mit Grodon reingegangen und das Ding hat eine vierfache Bodenschwäche. Ach, die KI hat echt dran gedacht auszuwechseln, ne? Leih. Ja. Die ist in diesem Game gar nicht so dumm. Na, merke ich. Luxtra, äh, ja. Luxtra ist das einzige Mann, was ich nicht effektiv angreifen kann. Na, schicke Schäme drin. Luxtra kann Schäme nicht. Nichts. Eigentlich kannst du mir nicht allzu viel. Ich hätte echt dran denken können, dass ich, äh, Schäme, dass ich Schäme mal, ähm, in die, in die, äh, wie heißt die Form? Zenitform. Oder Skyform, glaube ich. Heißt die Zenitform? Ja, ich glaube, äh, ja. Skyform heißt hier, glaube ich, ja. Ja, geil. Ähm, da hätte ich dran denken können, aber es ist ja schon wieder Abend. Das heißt, ich hätte die eh nicht behalten in der Top 4. Ja, richtig. Ist echt ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Ja. War das in den alten Games auch schon so? Ich weiß es nicht. Ich glaub wohl, ich weiß es aber auch nicht sicher. Ich hab so. Ja, ich auch gleich sofort. Also bisher sind das... Oh wow, sind Top Genesung ein. Ja, danke. Bisher sind alle meine Gegner low bobs. Keiner kann mir was bisher. Ja, bei mir hatte der Erste einen Palkia. Und der wurde so ein bisschen zu einem Problem. Oh fuck, der... Ja, okay, doch. Er switcht auch. Finne... Ja, okay. Finneon ist auch ein low bobs. Würde ich mal so behaupten. Ja. Deswegen war es mir lieber, dass ich die eben wieder auffülle. Weil wenn da dann zum Beispiel, keine Ahnung, ein Despotar kommt oder so, ist es mir doch lieber, wenn ich eine Kampfattacke habe. Weil das Ding ist immer gefährlich. Ja, stimmt. Auch allgemein. Ich glaube, das ist ja dann der einzige Kampfattacke. Ja. Also auf Grodorn. Ich habe auch ein Panferno mit Nahkampf. Ja, okay. Aber Panferno ist halt auf Glaskanone. Vor allem, weil er nach Nahkampf halt... Äh... Yo. Alter. Okay. Das kam jetzt unerwartet. Das kam auch unerwartet, dass er mich mit Flammenwurf critter und ich den Burn kriege. Ja. Guck dir... Guck dir mal den Schaden von Gengar an, ja. Das... Das war ein Baidorfisch gerade. BTF all. Der Schaden von Grodorn war in Glumanda. Ja. Das macht es nicht besser. Okay, ja. Ich guck gerade mal... Drei meiner Monds können gerade mit dem Level von diesen Knackleon mithalten. Drei. Drei davon. Die ziehen jetzt ganz schön krass an, was das Level angeht. Ich kämpfe mit Roselia. Wenn wir... Ey, du hast es erwähnt. Guck mal wer da ist. Ja. Ich hatte es im Bauch gefühlt. Ja. Ich hab Schiss vor der Erdbeam. Eigentlich darf ich in Polio nicht reinschicken. Obwohl... Eigentlich kann ich mit Shaman drin bleiben. Da sollte nicht... Nicht viel passieren. Shaman sollte das tanken. Eigentlich schon. Shaman sollte das eigentlich tanken. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden ich jetzt drücke. Ich bin zwei Level höher. Abfahrt. Hm. Ich hab ein bisschen mehr gerechnet. Steinkante und ein Grid. Das war eine Steinkante-Crit von einem Despotar. Alter. Das war jetzt nicht verwunderlich, dass das über Hälfte zieht, ey. Alter. Scheiße. Also das ist eher schon erstaunlich, dass das nur etwas mehr als Hälfte gezogen hat. Ja. Alter. Jetzt hat er verfehlt. Neutraler Steinkante-Crit von Despotar, ey. Und Shaman... Und Shaman so... Hm. Okay. Younger Shaman ist so ein... Uff. Aua. Shaman ist krass. Ja, Shaman ist ein ganz schönes Biest, ey. Ich hab's gesagt. Shaman ist ein richtig solides Pokémon. Ich freu mich immer, wenn ich ein Shaman im Team habe. Und ich glaub, du verstehst jetzt auch so langsam warum. Jo. Er hat schon zwei Steinkanten gemisst. Und eine getroffen, also... Ah ne, zwei hat er getroffen. Zwei gemisst und zwei getroffen. Äh... Ist das nur ein Kanivana. Ich hab halt Angst vor der Eiszahn, wenn ich mit Roselia drauf bin. Ach, Leute, das sicher jetzt erst. Weißt du, was Despotar für ein Item hat? Überreste. Mhm. Hat er sich in der ersten Woche auch schon direkt mitgehalten. Habe ich gar nicht gesehen. Wuuu. Okay, an sich müsste ich jetzt, glaub ich, Despotar killen. Er hat durch den Fokus, du es überlebt. Will der mich verarschen? Ja, die KI ist dann doch nicht so dämlich. Ah fuck, er überlebt das, ey. Und... Yo. Au. Was ist das? Überstrahl. Aua. So. Ich bin durch. Boah. Ja, ich häng grad an Despotar. Jetzt... Jetzt hab ich ihn. Und gut, dass Roselia Schlauglas hat, weil damit wird das ein bisschen... Also... Er macht gut Damage mit Schlauglas. Traumfugil. Ah, ich schick jetzt mal Torgelkiss kurz rein zum tanken. Obwohl, obwohl Ganga ist auch ne Glaskanone. Ja. Warum ist Grodden eigentlich der einzige, der in diesem Kampf Schaden bekommen hat? Kann ich dir nicht sagen. Hä? Abgesangen, ey. Warum komm ich hier nicht durch? Leute. Hä? Ach jetzt. Hä? Zum Glück ist das Game nicht verbuggt oder so? Ja. Es ist Pokémon, das ist doch nicht verbuggt. Aua. Wart auf mich. Mal gucken, ob du wirklich Psycho... Ey. Wart auf mich. Nö. Ey, ich hab die ganze Zeit auf die gewartet. Ja und? Auf der Asozial. Ey. Ne, ich war hier beim ersten. Wenn ich gerade richtig geguckt habe, dann müsste auch das der letzte von ihm sein. Ja. Alta 59 hatte er, also 61 ist das stärkste von ihm, ne? Ja, hab ich, sehe ich gerade. Ja. Ja. Wie gesagt, es wird dir eher ehemaliges Knackack, müsste auf 66 hochgehen, glaube ich. Zauberblatt müsste neutral sein. Jo. Und Spiegel Cap. Uff. Shaman. Oh. Das ist der große Vorteil bei Shaman, der hat nicht nur die Defensive, der hat doch relativ viele Leben. Das ist das Gute. Alter. Ne, ich gehe auf Full KP und könnte mich den Spiegel Cap rausnehmen. Mach. Ich gehe auf Nummer sicher. Ja. Gut, der heilt aber nicht. Das heißt, ich muss ihn jetzt killen. Ja, Shaman ist schneller. Ciao. Ja. Boah, mach ich ne Frisse ey. Deswegen bin ich auch so traurig, dass mein's tot ist. Ey, meine Frisse ey. Ich muss das nur, weil ich mich verklickt habe ey. Krass ey, Shaman ist der fucking Spiegel Cap überlebt ey. Ist ja heftig ey. Ich hab's immer wieder gesagt, Shaman ist krank. Und Manafy hat genau die gleichen Stats. Deswegen hab ich am Anfang echt nicht verstanden, dass du Manafy nicht mitgenommen hast. Ja. Manafy hat genau die gleichen Stats wie Shaman. Nur dann halt eine noch krassere Attacke. Die Signature. Äh, Schweifglanz, wo ja plus 3 Spezialangriff ist. Mit einer Attacke in einer Runde. Ja, Alter. Deswegen, also Manafy ist eigentlich absolut broke. Deswegen hab ich absolut nicht verstanden, dass du die nicht mitgenommen hast. Wir haben beide zwei low bobs. Ähm, Nebulak hat Schwebe ne? Oder? Hat er das hier nicht mehr? Nee. Warte, ich guck bei Gänger noch, da kann ich so sagen. Nö. Da ist Fluch. Das heißt, ich kann Erdbeben machen, das ist gut. Ne, Nebulak hat Schwebe. Hä? Aber warum hat Gänger ist ja nicht mehr? Ja gut, ich wusste, dass sie das irgendwann bei Gänger ja rausgenommen haben. Mal bei Hill. Ich dachte, wir hätten das dann auch bei Nebulak rausgenommen. Dachte ich auch. Loll. 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 Woohoo. Killed irgendwie. Oh der fuck. Ich weiß ich hab das ein ganz guter, ob das ein guterろう jetzt ist. Aber da muss ich mal aufpassen jetzt. Wenn der Stahlattacke kommt, das tut weh. er hat anziehung ok ach du scheiße ist das ding bulky das ding kann wird verdammt gefährlich ne 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 darauf lasse ich mich nicht ein er halt auch noch eisen abwehr ok stahl psychos hierarchie oder obwohl wenn der psych attack aufgänger kommt das ja scheiße ich habe auch keinen anderen switch ich muss in den talk ist weil ich muss bei talker kids bleiben wegen flammenwurf ok gut weißt du wo ich angst hatte growlern ist doch alle worte war das crore und ich weiß es nicht das ist nicht growlern der wurde gerade einfach gewonnen hätte warum warum warte mal growlern war noch mal wer bei growlern nicht länger das ist kam chef ist das ja ok habe ich kein problem mit das ist jetzt nicht so schlimm aber ich habe jetzt ein problem er ist drauf immer noch hierarchie ich krieg den gerade nicht platz ich weiß nicht ob das spukbereich von gänger wenn der psych attack kommt hat ganger ein gewaltiges problem ja das stimmt und dass die rache sich geboostet welches level ist hier achi das level weiß ich gerade nicht genau aber er hat angriff plus 1 und meine musik ist aus schau mal kurz was er normalerweise für attacken haben also er hat er torgik ist mit er torgik ist mit sternhieb angegriffen und gekillt er ist unter 63 das heißt normalerweise müssten die letzten vier attacken design die er hat und dass sie ihren heilopfer sternhieb psychogenese und er dann hier ja psychogenese wird das problem vergehen gab ja genau was hat empoder für moves greifen mit surfer hydropumpe an weil empolgen kann er am wenigsten naja das stimmt stimmt psychomot resisted und mal gucken ob ich treffe gut dass ich nicht gänge reingeschickt habe und ich treffe ja mach lieber bist ja ich muss ihn haben jetzt ganz gute typen kombination für hierarchie ja ich habe ihn das ist gut eine frisse da war es nur noch viel um uns ja aber meine wichtigsten leben noch ja mal ein wichtiges meine auch das war leider ziemlich wichtig aber das einzige was wir jetzt tatsächlich fehlt ist dass ich den flugtyp nicht mehr aber passt bei drift dann auf ich habe da schon ein pokémon gegen verloren als der rücken als der rückenwind abgangsbund gemacht hat ja aber ich sehe ich den menschen mit spute ja ich wollte gerade sagen ich nehme ins helfe raus ich bin schneller und das war klar also ja ich habe jetzt ein kleines trifft ja ja ich habe sie ja nicht mehr drauf okay dann gerade war ja jetzt habe ich eben so mir okay ja wo er wird auch mal die idee von hat ja hast du es gesehen ja perlou switch roselia perlou kann mir eigentlich nichts auch wenn das level 62 oder so sein müsste oder 63 ist der letzte der letzte bei dir bei mir auch ja okay jetzt bei uns beiden nichts allzu starkes das ding ich habe mir kann theoretisch tiefschlag lernen ich bin fertig das einzige ja aber selbst damit hätte dass das ding hätte ging gar nicht rausgenommen das nicht haben wir doch einen topf hier mitglied ja 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 ich bin voll voll den feuerabbruch ja stimmt ist gut dann packe ich jetzt togel kiss nach unten so das heißt die vier sind es noch ich habe das ist das kramschiff war ja das kramschiff das weiß ich zu 100 prozent wie sieht es denn mit meiner da gucke ich erinnere mich bitte daran falls ich vergessen sollte dass ich wegen der ap auf jeden fall vor sind hier gucke sauer wird relativ wenig hast nur auf den habe ich noch gar nicht benutzt ich habe immer noch elixir älter und top elixir ja ich auch ich habe auch zeit aber wir haben wir gerade echten top vier mitglied vergessen warte mal dann die oma ne das davor hatten wir den feuertyp doch schon ja ja hat wort der kaputt luthien gut dass ich mir gerade aufgefüllt habe ja ich auch scheiße und sind ja abfahrt ja das erste pokémon gefällt mir schon mal nicht so meins schon meins gefällt mir ja das ding ist ich habe vor gold king angst nein er hat das überlebt guck mal was mir fehlt das war eine attacke ja moin das war eine vieländer parkett pflamm ist dauernd gegen das 60 kriegt traumfresser bringt mir nichts so ich kann die bose aber nato ja gut nato kann ich da du kann ich auch wohnheiten abfahrt ganger ist sofort wegen genau der attacke die er gerade einsetzen wollte habe ich angst der gerade hornbohrer verfehlt alter schon wieder verfehlt genau wegen der attacke habe ich angst vor dem ding die länder wieder okay okay geht klar geht klar flammsturm ja ich habe hier die droppe getroffen gekündigt alter ja okay die kann ich nicht effektiv angewiesen aber was wir als nächstes kommt tankt an welche der verarbeitung hoch perfekt tankt an greift mit gift ja habe ich das dürften ja nicht wollen wegnehmen da muss ich jetzt auch noch mal sicher wenn ich das tankt an mein gänger gilt gegen das ist nicht voll dragorn ist von blättersturm lol bitte was ja okay abtankt an bitte was das habe ich ach fuck kais ja golking hat die überflutung eingesetzt deswegen war dragorantybaster ach so ich habe mich komplett vergessen ach so gut da hätte ich auch niemals dran gedacht ich habe es komplett vergessen naja ich habe halt ganz ich habe halt gedacht ja komm der kann mir nichts ich kann ganz beruhig meine pokémon heilen und dann wollen sie nämlich mit blättersturm ich kann auch jetzt schon mal sagen hab so okay das ist gut und fertig challenge geschafft für also für mich für mich jetzt wer war tragen war bei dir ja ja obwohl vom prinzip ja an sich jetzt nicht wow 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 das meinte ich nicht mit wow der hat einen zu weit und der hat einen weiter nach unten gemacht dass ich gedrückt habe ich mache jetzt matchbar und manche gigasauger hat trotzdem gereicht okay oh gut ich muss leider sagen in meinem Fall war der Kampf echt lappig ich glaube ich habe alles gewonnen hättet oder fast alles und ohne gut 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 dass wir den counter noch mitgenommen haben gut dass du dein crow dann hast weil ohne dein crow dann hätte ich mein ging gar nicht und ging aber verdammt wichtig ist bei mir auch verdammt wichtig genga hat den ganzen kampf dominiert tusk 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 ist auch verdammt wichtig oh fuck er trägt ein heiß ohr auf er ist ein pflanzen mann er kann mich theoretisch sehr wichtig treffen das gefällt mir nicht ja wenn die komplett hoch geboostet sind dann ja würde ich aufpassen ja und vor allem wenn er sowas wie strauchler hat oder so ja doch definitiv crawlen ist nicht gerade leicht Energieball okay ja speziell ich bin froh dass ich die wechselt habe das lag auch schon wieder so ne ich habe gerade nur ja okay jetzt hier im Beutel habe ich 60 FPS aber Sandsturm okay mach ruhig vielleicht gleich eh wieder mit Grodon campen dann ist die Sandsturm eh weg erstmal Grodon wieder voll heilen Energieball okay das geht vom Damage 15 Stunden gerade mal dort bellt und dann sind auf einmal ein und dann ist auf einmal ein Pokémon nach dem anderen verreckt ja ja ich würde sagen sogar dass die Tode so relativ gerade weil ich am Ende jetzt ein bisschen zugelegt habe was die Tode angeht würde ich sagen müsste das etwa ausgeglichen sein ja das kann gut sein weiß ich nicht ich hatte halt zwischendurch in einem Kampf mehrere die ich verloren habe ja ja aber geil wir haben es ey wir haben es ja 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 ja